Hey Freunde was geht? Wir kommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Aktien Aktuell und zwar sprechen wir heute wieder über eine kleine aber trotzdem sehr starke Kryptowährung und zwar über Polkadot. Wurde sich unter anderem tatsächlich auch in den Kommentaren mehrmals gewünscht und dementsprechend dachte ich mir, da ich mich zur Zeit generell auch sehr für diesen Coin interessiere, würde es eigentlich ziemlich gut passen dazu auch einfach mal eine kleine Analyse, ein Video dazu zu machen und genau das machen wir heute. Bevor wir allerdings in den Chart übergehen, will ich euch einmal ganz kurz zeigen, wo Polkadot im Ranking der Kryptocoins überhaupt steht und das könnt ihr hier schon erkennen, wir befinden uns hier auf dem fünften Platz, mittlerweile sogar vor Cardano. Cardano war letztens zum Beispiel noch auf Platz 3, da ist der Binance Coin, dazu wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen. Man kann das hier sogar schon grob erkennen, auch zum Beispiel bei Polkadot natürlich, wie die Währung performt hat. Zum Beispiel hier sieht man auch Cardano im Moment eher, ja, oder hat jetzt nicht unbedingt so gut performt in den letzten Tagen, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Auf jeden Fall seht ihr, wir sind hier auf Platz 5 und dann würde ich sagen, gehen wir über in den Chart. So, wir sind angekommen hier im Chart und zuallererst mal, wo liegen wir preislich überhaupt bei diesem Coin? Das könnt ihr hier sehen, da liegen wir bei ca. 35 US-Dollarn, also der Coin ist jetzt nicht unbedingt teuer, aber er ist tatsächlich auch nicht so günstig wie beispielsweise WeChain, Cardano, der Dogecoin oder natürlich auch viele andere kleine Währungen. Der Vorteil daran ist natürlich, dass wir hier nicht irgendwie drauf hoffen müssen, dass wir am Ende des Jahres vielleicht bei einem Dollar oder einem Euro liegen oder 2 Dollar oder 2 Euro, sondern bei diesem Coin kann man auf jeden Fall einiges erwarten und da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen, was ich dieses Jahr für realistisch halte. Zuallererst mal gucken wir uns jetzt den Chart an und ihr seht schon, wir haben hier wieder unsere EMA-Linien eingezeichnet, also die Preisdurchschnitte der letzten 20, 50, 100 und 200 Tage. Die wichtige Linie ist wie immer die 20er EMA-Linie, also in diesem Fall hier die rote Linie und da werden wir uns jetzt mal anschauen, wie der Coin performt hat. Jetzt in letzter Zeit, also in den letzten Tagen, datumsmäßig, befinden wir uns hier beim 10. März. Ich nehme das gerade am 13. auf, also nur damit ihr wisst, ja, kann sich dann natürlich, wenn ihr das Video seht, schon wieder geändert haben, aber gerade im Moment sieht man, dass der Coin hier eher ein bisschen gefallen ist und leider auch unter die rote Linie. Also das Ziel ist sozusagen immer, dass wir über dieser roten Linie bleiben, denn dann steigt der Coin exponentiell, also das, was wir natürlich wollen. Da sind wir hier am 28. Februar, also ist durchaus auf jeden Fall schon ein bisschen her. Hier hat man das wieder ziemlich gut gesehen, wie der Coin eben gestiegen ist und vor allem, was ganz wichtig ist, er ist, wenn er gefallen ist, circa hier auf diese rote Linie eben wieder aufgekommen und ab da wieder nach oben gesprungen. Hier natürlich etwas unter die Linie gefallen, was auch nicht weiter schlimm ist, aber hier, finde ich, konnte man das sehr gut sehen, dass der Coin auf jeden Fall sehr gut performt hat. Hier beispielsweise kann man das auch wieder sehen und da befinden wir uns jetzt ungefähr am 9. März. Also das ist jetzt noch gar nicht so lange her und dementsprechend kann man auch so ein bisschen drauf schließen, wie vielleicht die Entwicklung bei dem Coin weitergehen wird. Natürlich kann ich euch hier nichts vorhersagen, aber man kann eben die Anzeichen ein bisschen deuten, die uns der Chart hier gibt und da sieht man das ziemlich gut. Wir sind hier sehr schön nach oben gestiegen, sind dann wieder auf die rote Linie ungefähr draufgekommen, ab da wieder nach oben, dann wieder hier auf die Linie drauf und dann ein ganzes Stück nach oben geschossen. Also ja, wie gesagt, der Chart sieht sehr, sehr gut aus. Hier sind wir ein bisschen unter die Linie gefallen, was wie gesagt nicht weiter schlimm ist. Trotzdem sind wir hier wieder nach oben gekommen, circa auf die rote Linie und wieder nach oben. Und das steht auf jeden Fall für ein, ja, durchaus bullisches Verhalten. Deswegen, der Coin hat auf jeden Fall sehr gut performt. Wie gesagt, in den letzten Tagen sah es nicht ganz so gut aus, aber was nicht ist, kann bekanntlich werden. Und ich denke mal, dass die Chancen sehr gut stehen, dass der Coin eben dieses Wachstum, wie er das hier fortgeführt hat, auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. Was wäre meine Preisprognose bei dem Coin? Also wie gesagt, wir befinden uns gerade so ungefähr bei 35 Dollar. Und ich denke tatsächlich, bei dem Coin können bis Ende des Jahres durchaus auch die 100 Dollar möglich sein. Denn alles, was drüber hinausgeht, ist dann schon wieder, finde ich, ein bisschen hochgeschätzt. Ja, Litecoin zum Beispiel ist gerade im Moment, glaube ich, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ich habe nicht extra nachgeschaut, der dürfte so bei 160, 170 Euro ungefähr liegen. Das zu erreichen ist, denke ich, noch ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, die 100 Euro, die könnten hier auf jeden Fall durchaus realistisch sein. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn der Coin, wie gesagt, auf 170 Euro oder vielleicht auch noch höher gehen wird. Ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie er sich eben in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Und wie gesagt, an sich, denke ich mal, ist hier einiges möglich dieses Jahr. Hier kann man zum Beispiel auch vergleichen, 23. Januar 2021. Und da hatten wir auch einen sehr schönen Anstieg drinnen. Also da sind wir zum Beispiel hier, ja, von so ungefähr 18 Dollar auf Höchstwert, waren es sogar die 42 Dollar hier oben schon gewesen. Und ja, das war auch das All-Time-High. Ich denke, wie gesagt, auf jeden Fall ein sehr guter Coin, mit dem man nicht so viel falsch machen kann. Ich habe bis jetzt leider noch nichts da rein investiert, aber habe ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen vor. Ansonsten noch ganz kurz, wann ist ein guter Zeitpunkt zum Investieren? Im Endeffekt immer dann, wenn wir hier unter der roten Linie liegen. Genau das tun wir. Also eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Natürlich aber das Ganze hier wie immer keine Anlageberatung. Das war es mit diesem Video. Lasst ja gerne einen Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.